so freunde willkommen zurück da mit dem guten alten schiff coater sind wir hier um unsere alten base angekommen und jetzt werden wir doch gleich hier die beiden haben wir noch zu essen rein beiden höhlen das ist noch eine kiste jetzt bin ich vergiftet ja okay aber geht das wieder wow dass wir ein bisschen geld und ein paar federn immer schenken können so nehmen wir noch ein bisschen was zu beißen mit oder noch ein köstliches reh ja nice alter hab es echt noch getroffen richtiger scharfschütze hier mit dem bogen so hier war die erste höhle dann männer und mädels auf geht's rufen wir haben sozusagen recht der jungs ok das könnte noch eine harte nummer werden mit drei skeletten auf einmal habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet so noch mehr geld noch mehr bernstein ach so ja gut dann wäre er jetzt schon mal erledigt können wir die gegner ein bisschen besser locken tschüss mein skelettiger freund vielleicht geht es dennoch aus dahinter okay hier gibt es nichts mehr auch nicht so was geht es genau hier ab wir nehmen wir mit da geht es auch nicht lang wir haben uns aber jetzt ordentlich durch gemäht da pilz für mich pilz für mich noch eine schicke truhe rädern feuersteinpfeile ja was lass ich da auch mal mitnehmen spatzfeld das war das jetzt aber hier nicht ausgemacht dass der mir auf die eier gehst nochmal kiste wieder nehmen auch mit hier ist vermutlich nichts mehr ja genau ja mal gucken brauche ich die pfeile ach komm von dem harz haben wir eh schon sowas von ich weiß ja auch nicht ob wir den löwenzahn noch buchen da kommt von dem schädel haben wir da eh genügend so ja wohl den löwenzahn den können wir einfach wieder sammeln so essen wir mal wieder was weil wer weiß was hier gleich wieder abgeht ah genau das haben wir gesucht wenn nicht natürlich platz im inventar ach ja ach komm jetzt ist wirklich so weit weg mit dem kopf mit den kern ja hab ich gut und den hier perfekt wie wäre es das gewesen für diese grabkammer hier ja beutetechnisch lief es doch ganz gut würde ich sagen ja beutetechnisch lief es doch ganz gut würde ich sagen ja mal haben wir hier gleich wieder ein x hin ist erledigt stimmt hier gibt es ja auch einen troll auf der insel aber sagen mit dem prügeln wir uns jetzt nicht aha langsam kumpel da gibt es sogar nur zwei richtungen richtigen prügelei hier mal wieder so knochen haben wir das war wohl hier der boss ich wollte gerade sagen ich hoffe bloß das wird jetzt hier nicht zu verwinkelt also sonst schwöre ich mich nicht mehr also mal nette begrüßung hier grüßt mir etwas so sein nachbar ich will hier doch nur euer grab lündern seid doch mal nicht so ne genau da hinten waren wir und dann sind wir da lang gegangen da gibt es auch wieder zwei richtungen gehen wir zuerst wieder da lang und da hier lang gibt es auch immer noch einen was ist das fast das ist das ist ja mit dem das aber jetzt nicht gerechnet ooo nice Nice, nice, nice. Was haben wir hier? Achso. Ja, klar. Weiß ich doch schon. Hier hoch. Ja, Johnny. Überraschung. Boah, geil. Weil man ja auch so viel braucht davon. Und, nimm. Dann platze mir den Pap. Ja. Kann ich nicht essen. Äh, lalala. Die Himbeeren geben 10 Leben. Gernstein. Den hier. Steine Pfeile, gut. Und den hier, gut. Jetzt müssen wir uns aber langsam beeilen. Okay. Jetzt kann man aber hier auch noch lang gehen. Mann, die Fackel hebt niemals. Ohne Fackel dürft's hier ziemlich dunkel werden, Freunde. Dann beeilen wir uns mal lieber. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Äh. Versteh nicht. War hier drin. Genau, hier geht's nicht weiter. Und hier geht's auch nicht weiter. Na ja, gut. Dann war's das hier auch schon wieder. Und ich würd's sagen, wir waren mehr als erfolgreich. Ja. Das hab ich mir jetzt gedacht, dass ihr noch hier auf mich wartet. Oh, komm schon. Kann ich ihn nicht treffen. So, jetzt aber ist hier Ruhe. Ja gut, das lief doch jetzt mal ziemlich gut, würd ich sagen. Was lebt hier noch? Ne. Achso, das war das Reh von vorhin. Glaub ich. Glaub ich zumindest. Gut, dann werden die zwei Hüllen erledigt. Die Ausbeute ist mehr als gut. Genau, wir brauchen zweimal fünf, glaube ich. Jetzt haben wir zwölf. So. Ja, gut. Dann halt. Ach, Freunde. Nein. Ja, jetzt ist es doch ein... gut der typ hat aber auch ein hammer alter das kann eventuell kein gutes ende nehmen hier was ich hier mache auf einmal ich das ganze zeug hier eh nicht mitnehmen kann was passiert denn wenn ich mich hier in meinem haus versteckt ich könnte vielleicht eine weile warten bis ich ein bisschen leben regenerieren irgendwie gerade übelst lange dauert steht es da irgendwo heilkraft 2 hp pro tick und du 1 hp naja gut das heißt jetzt nicht was du auch 1 hp wahrscheinlich oder du auch eins du zwei und du zwei ja gut ich mach halt was mein boot nicht kaputt der bruder 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 das ist ein paar jungen hier Oh, uralter Samen, den brauche ich, den brauche ich, den brauche ich. Was brauche ich dafür nicht? Komm. Dann. So, Junge, brauche ich nicht. Den Samenbau. Nee. Wie liegt denn der Junge? Eigentlich nicht viel. Was können wir hiervon? Holz, nee, das Ding brauchen wir auch nicht. Den Harz haben wir gefühlt schon unendlich. Die ganzen Augen brauchen wir eigentlich auch nicht. Und das gleiche ist es hier. Nö. Nichts dabei, was wir brauchen würden. So. Dann drehen wir mal um. Und segeln wieder Richtung Heimat. Das war definitiv ein erfolgreicher Ausflug, würde ich mal meinen. So. Jetzt heißt es wieder hier zurückschippern. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle auch die Folge. Dann müsst ihr mir jetzt hier nicht fünf Minuten zugucken, wie ich in aller Seelenruhe zurück nach Hause fahre. Das Inventar schön gefüllt. Und das sind die wichtigen Sachen. Heißt, in der nächsten Runde, in der nächsten Folge gibt es dann endlich die Schmiedeleute. Und Schmelzofen. Okay, dann würde ich sagen, lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns morgen, wie zur gewohnten Uhrzeit, um 12 und um 16 Uhr. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Euer Stevie B. Ciao.